Willkommen zurück beim oder zum Let's Play von GTA 3 Die vorerst letzte Folge mit Päckchen oder überhaupt Erkundung Da sollten wir uns also nicht so wirklich klicken lassen, die haben wohl MGs dabei oder zumindest UCs Da ist Ammonation, oh doch der hat jetzt mehr Waffen, sogar das Präzisionsgewehr ist dabei Wo ist das? Christus Kein Päckchen, hab ich aber enttäuscht Hier könnte noch eins sein, ein Polizeistern Mit einer Möglichen Rampe, ne wahrscheinlich eher nicht Wozu sind diese Einbuchtungen hier gut? Für den Müll echt, ja Fährt hier das Müllfahrzeug rein und holt die Dinge ab Sooo, auf der Sträße, ähm, Bulle Dann klau ich die Karre jetzt mal nicht Okay Klasse Klasse Jaja So, Unterflug jetzt aber Oder auch noch nicht Wo ist denn das? Was passiert mir hier rennbar? Gut, kein Alarm Hier so eine dämliche Pille, die will ich da ja nicht Ist wahrscheinlich ein Internet-Café, so wie es aussieht Sorry Okay Okay, jetzt scheinbar Nix interessantes mehr, dann können wir ja Doch in die Richtung Hier ist auf jeden Fall der Park Das heißt, wir müssen Bald beim Unterschlupf zählen Das würde ich mir dann doch nochmal angucken Das hat bloß leider nix gebracht Kann das sein, dass hier, dass hier die Polizeistation ist, aber hier ist kein Wagen, also ne Schau dir Schau dir Ab zum Unterschlupf Ich bin beeindruckt Ich bin beeindruckt Jetzt absteigen wir wieder oder wird Obwohl wir ein Fahrstuhl haben Obwohl wir ein Fahrstuhl haben, der weiß, wo wir da landen Obwohl wir ein Fahrstuhl haben, der weiß, wo wir da landen Könnte das hier Könnte das hier Wieder eine Radiostadt Sein Na, lässt du mich mal gucken Ups Hat das hier kein normalen Zugang, oder was? Halt! Ich brauche das Auto, Oma Ne, da kommen wir nicht über Versuchen wir es hier mal ist das hier echt nur zu fuß normalerweise erreichbar das sieht doch aber auch irgendwie sehr sprungschanzen mäßig aus man muss wissen ob man da irgendwie und das jetzt sind die bäume im weg oder und ist kein wasser ich will mich ein bad nehmen nach der wird müssen wir da rüber fliegen oder zählt nicht als monster stand schade raus 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 gut haben war das erste fahrzeug hier auch vernichtet na gut das ist weiter eigentlich das erste sehr schnappig socken aber sonst wird das hier scheinbar schon auf mit päckchen leicht finden und man kommt immer noch nicht über die brücke oder ist das jetzt möglicherweise andere muss eine andere sein ich kann mich gar nicht an die erinnern und die karre ist noch ganz geblieben sehr gut wir sehen wir hier raus sind wir im park ich glaube ja ok ich wollte eigentlich noch in ein gebiet fahren ich weiß bloß nicht wo das ganz jetzt liegt da sind wir schon vorbeigefahren vorhin jetzt fahren wir doch wieder in die richtung jetzt fahren wir doch wieder in die richtung wo ist denn sie es? Päckchen? könnte vielleicht das radhaus sein oder sowas könnte vielleicht das radhaus sein oder sowas ja cool das ist jetzt nicht so cool und da geht schon wieder hoch zur straße das ist also jetzt das präsidium oder was? ich hoffe wir kriegen jetzt nicht gleich sterne ich hoffe wir kriegen jetzt nicht gleich sterne cool das Tor öffnet sich gell da kriegen wir oh da kriegen wir so einen SWAT Wagen interessant solche Tore öffnen sich also wenn man das richtige Fahrzeug immer hat muss man sich auch ein bisschen merken da muss man sich auch ein bisschen merken da muss man sich auch ein bisschen merken ja ja anders komme ich auch gar nicht raus aber ich will eigentlich lieber die straße lang fahren ACPD machen sie das Tor auf hopp hopp viel zu langsam das muss schneller gehen so ah da ist es da ist es irgendwie vermute ich nämlich hier auch noch ein Päckchen vielleicht bilde ich mir das auch mal ein nun gut gehen wir mal die Treppe hoch geht noch weiter hoch ok Casino nun ein kann man da mit fliegen auch eine schade das wäre es geil gewesen aber sieht doch schon so komisch aus dass man da nicht einstellen kann wobei ich es von den bussen eigentlich auch erwartet habe aber naja wächst noch mal ein päckchen auch mit dem heli welche zu gerne flogen da ist nix mehr dann fahren wir jetzt zum unterschlupf und bänden die folge und auch die aufnahme wieder mal sollte mir echt mal zeit nehmen dass ich mal ein paar mehr folgen am stück schaffe ich glaube fünf waren bisher das maximum ich habe noch weiter bleibt man hier auf dieser hockstrecke am besten ich glaube fast das wird der bereich mit den meisten pittchen sehen hier war das schon oder sie wirkten sehr groß keine ahnung verstecken wir mal ein polizeiwagen in der garage auch nicht schlecht und uns noch ein bisschen munition ich nehme mal an hier ist kein päckchen versteckt irgendwie noch gut damit sage ich dann tschüss bis zur nächsten folge